Hallihallo Lüde! Zurück zu ESO! Weiter geht's! Lauft! Lauft! Zur Freiheit! Lauft! Wahrer Ruhm, der tapferen Lohn! So, reicht! Äh, da gibt man ja auch das Mittelalter an diese Mini-Sänger! So, äh, gilt meist für ein Lied aller Farben, okay! So, bevor ich es wieder vergesse... Äh, ja, das ist unwichtig! Das nehmen wir natürlich! Schriftvolles Lernen! Ich kann auch mal wieder eine nehmen! Haben auch genug von... Was ist denn da? Ich will die noch gar nicht machen! Eine Stunde, nur 50% Mit einem Platz mehr! Tack! Ich war aber auf meinem Hauptschab noch über 20, 30, 40 Rollen! Oder mehr als genug! hier rechts zurückkehren? ok, machen wir das letztes mal die ist da irgendwo dahinter ich auch nicht gibts jetzt Müll dann? nur ein bisschen die hochheizen und hier rein königin, Achsela, mein angetrauter feiert mich ich will nicht ja, ich bin zurück doch ja, ja, ja glaube ich auch die gabriell habe ich immer genommen ich glaube, ja ist das das will ich hoffen so ich habe schritte ach ja jetzt kommt das ja mach auf gute dame gibt mir einen augenblick zeit es braucht eine menge energie ein portal über diese in 1 fertig war einfach so lange tretend durch wenn ihr bereit seid wir halten schon da die schwelle von guter wema stadt ist das ja gerade zeigen ja und so sieht aus als wären alle am richtigen ort gelandet dann mal alle in position ich bin schon dabei die königin sollte jeden moment hier sein zumindest hoffe ich dass das darf ich im gucci position einnehmen ingwer ich hab mein ingwer-tee getrunken gar nichts für mich das gefällt mir nicht wo ist der magus-general sie tan gar nicht ähnlich sich zu verspäten es ist die königin und die durch geziemt einer starken herrscherin nicht eure hoheit wenn ihr königin seid könnt ihr ja gerne ein besseres vorbild sein magus-general das ist eine ehre die ich nicht anstrebe was ich jedoch anstrebe ist die bedingungslose kapitulation von immerfort ihr seid den weiten weg gekommen nur um absurde forderungen zu stellen das überrascht mich wohl kaum absurd erzähler ich habe es beim herzog auf die freundliche art probiert aber das habt ihr ja vermasselt ich mache euch ein letztes angebot er gebt euch oder sterbt eure drohungen beeindrucken niemanden septima zwischen uns steht noch immer die garnison von bancorai und die fällt nicht so einfach oder habt ihr das in eurem geschichtsunterricht verpasst jene die sich in den schatten der vergangenheit verstecken werden unter ihren trümmern begraben wenn sie einstürzt die bankorai garnison ist bereits gefallen meine legionäre besetzen jetzt gerade ihre wehrmauern ist das wieder eine eurer lügen egal es ist offensichtlich dass sie einen krieg wollt und wenn ihr ihn unbedingt wollt dann sollt ihr ihn auch haben was zum sie ist nicht einmal hier das ist eine illusion vergesst nicht dass ihr als erste zugeschlagen habt erzähler siebte legion angriff ein überfall verteidigt die königin um jeden preis verkokelte feuersalze kein zweifel sie kommen denkt daran wir zählen darauf dass ihr unsere zauber lenkt macht euch keine sorgen wenn ihr versehentlich auf verbündete zielt wir werden die königin schon nicht einschern versprochen alle hergehört meldet feinde wenn ihr die seht ach nee ach so ich bin mir so richtig schnell also mal ein bisschen blöd hier die steuerungen er wieder heraus zu finden die königin natürlich nicht sterben dann hat man ein fehl sollte einleuchten ja geht nicht immer richtig wir kommen auf dieser tür im süden wir brauchst man bis nie kaputt also schießt auch mit dem bogen sicher ist es jetzt schon ein paar mal gemacht sie will sich zum ersten mal ist die königin mit bogen mit künft mehr aus dem süden auf sie du 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 komm nach an da leider hat kein auto auto hit muss immer warten ja 1 verschaffen sie auch alleine es kommen immer mehr noch eine gruppe aus dem süden keiner bei der königin das kann es nur nicht gewesen sein wenigstens eine atempause ich werde ein portal hinunter zur königin öffnen ja mach mal auf alles im schritt meine magiker ist fast aufgebraucht ich werde den rest brauchen um ein portal zurück zum palast zu öffnen haltet euch bereit könnt ihr nicht schneller zaubern gabriel die kaiserlichen kann das nämlich da öffnen sich noch mehr portale ich bin weg ist nicht wirklich schwer gewesen halt nur zum zaubern von oben das muss praktisch wo man selbst anvisiert da schien macht sie auch die zauber nach hin dass man kreis und dreieck zusammendrücken wie gesagt habt ihr gesehen schwer ist es nicht nur weil die königin dafür öffnen sterben das muss man alles normal machen ich sollte froh sein ja ich auch das hätte besser laufen können ich hätte nicht gedacht dass sie noch ein portal schaffe gut dass ich mich getäuscht habe nun immerhin haben ein paar von uns überlebt bärchen ist wieder mal wie ich die krähen mögen immer ich weiß dass ihr das tun werdet zum glück wird das nicht nötig sein ja wir haben uns eben kennst ja schon aus sturmhafen genau ich bin der könig ok reicht sperre nadira wo ist die denn jetzt wenn man gucken wo jetzt hin muss da oben ist nix mehr normales fertig er geht zurück wollen wir nicht da waren wir auch überall und so können wir auch hier dann können wir uns eigentlich hier auch immer mal hier genau wo ist ein sperren nadira überhaupt ganz unten nein ach naja da ist er jooh da haben wir das noch vorher der pelinfriedhof ja ja kommen wir jetzt hier runter hier Hat noch genug Platz, ne? Ja, klar. Hab jetzt leer gemacht. Äh, da muss ich so gehen. Da hat ein kleines Umlicht gelaufen, ich weiß. Äh, geh mal hier lang. Wo muss das Tor zu? Mach es auf! Och, Idiot. Wollte da raus. Geh doch oben raus. Ach, wie latsch ich denn lang? Oh, hier, komm mal raus. Ab in den Süden. Was war hier? Was war hier? So, ich würde sagen, das ist nochmal besser. Den Friedhof machen wir erst in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schön mit Öl.